Hallo, grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich unbedingt mal folgende Frage beantworten. Ich bekomme immer wieder Anfragen von IT-Dienstleistern und solche, die es noch werden wollen, sprich Solopreneure, aber auch Leuten, die vielleicht schon eine Firma gegründet haben, schon 10, 20 Mitarbeiter haben und jetzt nochmal eine neue Firma gründen möchten. Entweder die erste Firma bereits in Deutschland ist und sie möchten ein Ausland eine Firma gründen oder sie haben im Ausland eine Firma und möchten Deutschland eine Firma gründen, um den deutschen Markt hier Kunden zu gewinnen oder sie sind einfach bereits schon seit vielen, vielen Jahren einfach Freelancer oder haben vielleicht 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter und möchten eben stark wachsen, jetzt mal aufs Gaspital endlich mal drücken, weil letztendlich die Zeit das wichtigste Gut ist, das wir alle haben. Und Beschleunigung ist letztendlich dort ein sehr, sehr wertvoller Aspekt, den wir unseren Kunden bieten können. Im Zuge dessen, dass ich jetzt immer wieder viele Anfragen bekomme, wir haben heute den 15. September 2023 und im September, Oktober, November bekomme ich in der Regel sehr, sehr viele Anfragen, zum Beispiel von eben besagten IT-Experten und Dienstleistern und die fragen dann so, Thomas, ok, lass uns mal zusammenarbeiten. Die buchen sich dann bei mir eine kostenlose Strategiesession im ersten Schritt und die findest du hier unten einen Link oder beziehungsweise auf meinen Webseiten, klein-marketing.com bzw. thomas-klein.consulting oder du googelst mich einfach klein-marketing oder thomas-klein-consulting, da findest du mich sowieso. Aber du kannst natürlich auch gleich direkt den Link nutzen, das ist natürlich auch klar. Ja, und dann gibt es eben eine kostenlose Strategiesession und es ist auch alles super und die wollen auch mit mir sofort zusammenarbeiten und dann werden eben auch meine Preise kommuniziert und dann wird erstmal geschluckt und einfach, ok, das ist jetzt nicht ganz so günstig, ja, das habe ich dann schon mal günstiger gehört, ja. Und dann stelle ich immer die Frage, ok, warum sind Mitbewerber von mir günstiger? Das ist die absolut wichtigste Frage, ja, wenn ich jetzt ein Auto kaufen möchte, dann gibt es Autos für 20.000 Euro, es gibt Autos für 100.000 Euro. Warum ist das Auto für 100.000 Euro fünfmal so teuer, als wie das für 20.000 Euro? Ok, da geht es um Prestige, brauche ich vielleicht nicht, ok. Da geht es aber vielleicht auch um Qualität, da geht es vielleicht auch um Exklusivität, ja. Das heißt, du solltest dir immer folgende Frage stellen, wenn du einen Mitbewerber von mir ganz genau unter die Lupe nehmen möchtest und du solltest ihn auch unter die Lupe nehmen, genauso wie du mich unter die Lupe nehmen kannst und im Zuge dessen dann herausfindest, ok, das sind vielleicht beides recht gute, passable Anbieter, ja. Vielleicht ist Thomas Klein mit seiner Dienstleistung noch ein bisschen spezialisierter, ja. Aber es ist halt doch relativ um einiges teurer und dann nehme ich halt den Günstigeren, ja. Weil gut und günstig, na, es gibt auch bei Edeka so eine Marke und was weiß ich überall, ja. In Deutschland eben sehr stark verbreitet dieses günstig, 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 ja. Alles, was günstig ist, ist auch gut. Gut und hier mal einfach, einmal nur ein Kriterium von vielen Kriterien, die du abprüfen kannst, bevor du mit jemandem ins Geschäft kommst. Eine Agenturdienstleister oder einen Expertencoach, wem auch immer, der dir bei der Degenerierung hilft, ja. Ja, entweder rein über Beratung, ja, oder und oder eben operativ, so wie wir es machen. Wir machen Beratung und operative Unterstützung und haben da auch verschiedene Pakete. Also wir passen uns auch den Bedürfnissen unserer Kunden an. Aber wir sind halt nie so wirklich richtig günstig und das hat seine Gründe. Weil eben einer, und das ist vielleicht der allerwichtigste Grund überhaupt, ist Exklusivität. Hier mal ein paar wirklich harte, knallharte Fakten hier auf den Tisch, mein lieber Freund. Denn, meine lieben Mitbewerber, denn viele der günstigeren Mitbewerber, die vielleicht auch einen ganz guten Job machen, ich sage, ich spreche denen jetzt nicht Kompetenzen ab, ganz im Gegenteil. Die haben teilweise sehr viel Kompetenzen. Aber, was sie sehr, sehr gerne machen, ist ein günstiges Angebot standardisieren und skalieren und sehr, sehr viele, viele Kunden bedienen. Und dadurch eben ein günstiges Angebot präsentieren können, ist ganz klar. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, pro Kunde, jetzt nehme ich mal eine fiktive Zahl, pro Kunde 1000 Euro verdiene, dann ist es jetzt nicht so viel Geld. Wenn ich aber 100 Kunden habe, dann habe ich 100.000 Euro im Monat. Dann bin ich sechsstellig im Monat. Wenn ich aber jetzt 1000 Euro im Monat verdiene, pro Kunde, und ich habe drei Kunden, dann habe ich nur 3000 Euro. Also, das ist nicht so ganz cool. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, okay, was spricht denn dagegen, mir einen Anbieter zu nehmen, der mich in der Lead-Generierung spezialisierte, Anbieter, der mich also spezifisch unterstützt in meinen Dienstleistungen, in meiner Zielgruppe und, 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 der natürlich auch Branchenkenntnisse hat und viel, also mittlerweile ist es ja so, dass es einfach Agenturen und Dienstleister für Lead-Gen, Demand-Generierung und Leads generieren und Neukundengewinnung, mittlerweile auch Mitarbeitergewinnung und Social-Media-Recruiting und Online-Marketing gibt es wie Sand am Meer. Also, suche ich mir einen Anbieter doch, der sehr spezifisch, konkret auf meine Nische, auf meine Zielgruppe, auf meine Bedürfnisse eingehen kann. Und das wiederum hat zur Voraussetzung, dass ein Partner, ein Anbieter, eine Agentur, eine Online-Marketing-Agentur, eine Lead-Gen-Agentur, eine Agentur, die die Lead-Generierung für dich, Leads gewinnt, sich auf verschiedene Dinge spezialisieren muss, in der Regel auf Zielgruppen. Das heißt, wenn ich jetzt diese beiden Sachen miteinander kombiniere, du suchst jetzt einen günstigen. Warum ist der günstig? Weil er viele Kunden hat, also er kann letztendlich weniger pro Kunde, sich erlauben, weniger pro Kunde zu verdienen und er hat trotzdem ein profitables Business als Agenturinhaber und Spezialist. Aber gleichzeitig muss er sich spezialisieren auf deine Zielgruppe, auf deine Nische, auf deine Bedürfnisse. Dann bedeutet das im Klartext, er hat eventuell viele Dutzend, viele hundert Kunden, die aber mehr oder weniger alle das was Ähnliches oder was Gleiches machen wie du. Also mal genommen, du bist jetzt SAP-Dienstleister oder Java-Programmierer, dann hat der wahrscheinlich 100 Kunden und davon sind 50 oder 30 oder 40 sind auch Java-Entwickler, sind auch SAP-Dienstleister und so weiter. Was bedeutet das? Dass der natürlich jetzt sagt, okay, unser USP ist, wir haben so viele SAP-Kunden, so viele Java-Kunden, ich kann natürlich von diesen ganzen Erfahrungen profitieren und kann das dann ja weitergeben. Gleichzeitig aber sind das alles Mitbewerber. Und diese Märkte, von denen wir gerade sprechen, und hier sei gewarnt, wenn dir zum Beispiel ein Coach, ein Vertriebler oder sonst wer folgenden Satz sagt, es gibt ja sechs Millionen Unternehmen in Deutschland, der Markt ist unendlich groß oder solche Parolen. Das ist natürlich, es mag sein, dass es sechs Millionen Unternehmen gibt, es mag sein, dass irgendwelche Märkte groß sind, aber unendlich groß ist kein einziger Markt. Und wir reden hier eben nicht von diesen sechs Millionen Unternehmen, sondern wir reden von zum Beispiel, es gibt nur 20.000 Unternehmen in Deutschland, die SAP im Einsatz haben. Es gibt ungefähr 70.000 oder ungefähr 70.000 Unternehmen, die haben weniger, 30.000 bis 37.000, die haben Microsoft & Vision im Einsatz, also nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Und wenn ich jetzt seit 100 Kunden habe, dann muss ich die ja durch diese, dann spiele ich ja dieselben 37.000 mit meinen 100 Kunden, die vielleicht alle genau das Gleiche oder mehr oder weniger überlappend vielleicht nicht exakt das Gleiche anbieten. Jetzt kann ich natürlich wiederum argumentieren, als dieser günstige IT-Dienstleister, Online-Marketing-Dienstleister, Experte, Lead-Generierungsexperte, Demand-Gen-Agentur kann ich wieder, ja gut, mit dir gemeinsam erarbeiten wir einen Unique-USP, etwas, was nur du kannst. Und letztendlich, wir machen mit dir ein Branding-Konzept. Damit hast du ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu all den Mitbewerbern und damit auch allen anderen Kunden, die wir haben, die genau den gleichen Markt bespielen wollen wie du. Jetzt biete ich aber doch das Gleiche auch wiederum für alle Mitbewerber an, die ich in meinem Kundenportfolio habe. Letztendlich gleicht sich das dann wieder komplett aus. Also mit anderen Worten, hier mal ein Wort, ein sehr wichtiges Wort, ist Kannibalisierung. Also das, was letztendlich dort angeboten wird als USP, dass sie eben viele gleiche Kunden haben, aus denen sie dann sozusagen eine Gesamtmenge an Erfahrungen sammeln und die dann auch an dich weitergeben können, so geben sie ja die Erfahrungen, die sie mit dir sammeln, auch wieder an deine Mitbewerber weiter. Also das heißt, das, was sie als USP letztendlich hier anbieten häufig, ich habe das gestern wieder so im Video gesehen, wo sich einer so präsentiert, ist in Wirklichkeit Kannibalisierung. Das heißt, es wird in Wirklichkeit Kannibalisierung betrieben. Wir reden hier von spezialisierten Märkten, spezifischen Zielgruppen. Und warum wir jetzt von spezifischen Zielgruppen und spezialisierten Märkten sprechen, habe ich vorhin ausführlich erklärt. Also wir verkaufen hier keine Handys an Endkonsumenten. Aber auch hier ist es so, dass, und ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel Agenturerfahrung in meinem Leben durchlaufen dürfen, international, national, lokal, hier in München, in Deutschland, in England und sonst wo, häufig ist es so, wenn eine Agentur zum Beispiel einen großen Auftrag hat, sei es, egal ob das jetzt ein IT-Security-Hersteller ist, Antivirus-Software, oder ob das ein Handyverkäufer, Vertragsverkäufer ist, wie Vodafone oder O2 oder Telekom oder was auch immer, oder ob das jetzt irgendwie ein großer SAP-Dienstleister ist oder sonst was. Es gibt immer Exklusivrechte. Bei seriösen Agenturen immer Exklusivrechte. Was bedeutet das? Wenn ich einen Kunden gewinne, wie zum Beispiel Vodafone, dann ist O2 tabu. Da muss O2, wenn die das Gleiche machen wollen, wenn die eine Agentur suchen, die sie in der Lead-Generierung unterstützen, müssen die sich eine andere Agentur suchen. Punkt. Ich kann nicht gleichzeitig O2 und Vodafone als Kunden in meinem Portfolio aufnehmen. Das ist undenkbar. Wenn wir nochmal von Lead-Generierung sprechen und auch von Kundengewinnung und so weiter, weiß ich, das kannibalisiert. Jetzt, wenn jetzt diese Coaches und so weiter hier dann argumentieren, ja, wir haben so einen tollen Erfahrungsschatz, wir haben all diese Kunden, die sind alle ähnlich, hunderte, tausende in unserem Portfolio, dann ist das absolut der Grund, den nicht zu buchen. Ja, absolut der Grund, den nicht zu buchen. Das fängt schon im Kleinen an. Okay. Das Einzige, wo ich mir, sagen wir mal, wo ich mir selber auch über Gedanken mache, einfach eine Akademie aufzubauen, wo dann letztendlich sich Gleichgesinnte treffen. Ja, aber auch da ist es letztendlich der Community-Gedanke, also sozusagen dieser Club-Gedanke, wo sich Gleichgesinnte treffen, die aber gleichzeitig auch Mitbewerber sind, weil der Markt ja so unendlich groß ist. Theoretisch machbar, theoretisch denkbar, theoretisch auch umsetzbar, ja, auch praktisch. Klar, gibt es ja auch genügend, ja. Aber auch da findet Kannibalisierung statt. Es gibt niemanden, den ich wüsste, den ich kennen würde, und es gibt einige, die in all diesen Programmen schon unterwegs waren, wo letztendlich nicht auch Mitbewerb stattfindet und dann immer wieder Reibereien gibt. Also insofern, letztendlich auf einer sehr generellen Coaching-Ebene ist das alles noch nicht ganz so schlimm. Also das ist schon legitim und das ist ein Geschäftsmodell, das sehr lukrativ ist, insbesondere auch für die Coaches, aber auch für die Teilnehmer. Kann das durchaus funktionieren. Aber operativ, also wenn ich ans Telefon gehe für dich, mein Kunde, wenn ich ins E-Mail gehe, ins E-Mail-Marketing für dich mache, operativ übernehmen, wenn ich eine Ads-Kampagne schalte für dich, mein lieber Kunde, wird es ein bisschen schwieriger. Also mal angenommen, blödes Beispiel, was jetzt mich gar nicht betrifft, ich bin jetzt Facebook-Ads-Kampagnen-Manager, Online-Marketing-Experte und weil wir so gut sind, also wir sind so gut, weil wir uns spezialisiert haben, zum Beispiel einzig und allein auf Immobilienmakler. Jetzt magst du vielleicht sagen, okay, Immobilienmakler ist etwas sehr Regionales und jetzt haben wir ein ganzes Portfolio an Immobilienmakler, sagen wir mal 50 und das kann funktionieren, aber jeder Immobilienmakler muss aus einer anderen Region kommen, weil Immobilienmakler ist eine sehr regionale Sache. Also ein Immobilienmakler aus München, wenn er regional ist, steht sich einem Immobilienmakler aus Hannover nicht im Wege. Okay, dann kann das funktionieren. Wenn ich aber jetzt nur Immobilienmakler habe aus München, dann sind das alles Mitarbeiter und der Wettbewerb ist sehr, sehr hart. Dann gibt es wieder das Problem, dann brauchst du Exklusivrechte. Und wir garantieren unseren Kunden immer das Exklusivrecht. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt mehrere, sagen wir mal, IT-Agentur, spezialisierte Agenturen auf, let's say, sagen wir mal Adobe CMS, Salesforce CRM oder SAP E-Shop oder Oracle Datenbanken. Wenn ich jetzt gleichzeitig mehrere Kunden hätte, die das Gleiche anbieten, das macht überhaupt keinen Sinn, weil sich das eben kannibalisiert. Also das heißt, meine jeweilige Performance für die jeweiligen Kunden, ich bekämpfe mich ja quasi selbst. Und ja, vielen großen, günstigen Anbietern ist das halt egal. Denen ist halt wichtig, dass sie schnell groß werden, fünf, sechs AMGs in der Garage haben, ja, ein paar Porsche vielleicht noch und letztendlich haben sie dann pro Kunde wesentlich weniger, was sie verdienen, aber insgesamt sind sie günstiger und somit locken sie eben die Kunden rein. Aber das solltest du eben, mein lieber potenzieller Neukunde, prüfen und zwar dir wirklich gute Gedanken machen, bevor du jemanden nimmst, der ein bisschen günstiger ist wie ich. Und ich hoffe, ich konnte es dir gut weiterbringen. Dann sehen wir uns alles im nächsten Video. Wenn dir das Video geholfen hat, wenn dir sozusagen dieser Real Talk, diese knallharten Fakten hier auf dem Tisch, ja, wenn dir das gefallen hat, dann abonnier den Kanal, gib dem Video einen Daumen hoch und abonnier die Glocke, damit du auch wirklich weißt, Bescheid bekommst, wenn das nächste Video rauskommt von mir. Am Ende heißt Real Talk mit Thomas Kern Consulting und ja, lass mir einen Kommentar da. Du kannst gerne einen anonymen Kommentar da lassen, also ich muss nicht wissen, wer du bist, ja, einfach runterschreiben und dann beantworte ich den auch sehr gerne und dann können wir da wirklich auch gerne mal in diese Diskussion gehen. Und ich finde, das ist ein super, super wichtiges Thema, dieses Thema Kannibalisierung und dass es eben sehr viele saugünstige Anbieter gibt, ja, die trotzdem AMGs fahren. Dann frage ich mich, okay, wie geht das? Na, vielleicht kann ich mir da was von abschauen, was lernen und häufig sind halt dann so Geschäftsmodelle dahinter, wo einfach die viele Dinge gleichzeitig machen für viele ähnliche Kunden und am Ende ist der Kunde der Leidtragende, weil es ist einfach kein Markt wirklich unendlich groß. Das ist der größte Nonsens und der größte Bullshit, den es da gibt. Speziell, ich kann ja, desto spezieller ich bin, also desto höher mein Spezialisierungsgrad für eine spezifische Zielgruppe für meine Kunden, desto höher ist der Mehrwert, den ich bieten kann. Also desto höher der Spezialisierungsgrad als Agentur, Online-Marketing-Agentur, Lead-Gen-Agentur, desto mehr Mehrwert kann ich ja bieten. Also wenn ich immer nur die eine Sache mache, desto mehr Mehrwert kann ich bieten. desto weniger Kunden kann ich aber auch onboarden, für die ich die gleiche Sache mache. Also das schließt sich ja aus. Also da einfach mal drüber nachdenken und vielleicht lieber eine kleinere Agentur wie uns buchen, wo wir, ich habe teilweise im Jahr nur drei, vier, fünf Kunden manchmal, ja, und sind super glücklich damit, können super leben, sind halt etwas teurer, aber wir haben alle mehr davon. Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, ciao, wir sehen uns, happy hunting, bye, bye, lass mir einen Kommentar da, okay, ciao.